Im heutigen Video schauen wir uns 15 random Webseiten an, mit denen du im Internet Geld verdienen kannst. Warum random? Ganz einfach, ich habe so eine Excel-Tabelle mit vielen, vielen Webseiten, über 600 Stück und ich habe einfach mal mit random.org mir 15 random Zahlen geben lassen und je nachdem, welche Webseite an der Zahl stand, die habe ich dann genommen und dementsprechend haben wir jetzt 15 random Webseiten, die ich dir vorstellen werde und ich wünsche dir viel Spaß. Let's go! Die erste Webseite, die wir uns heute ansehen werden, ist die Webseite Tearsitter24 und hier hast du die Möglichkeit Tearsitting-Jobs zu finden, speziell in Österreich. Du kannst dich hier registrieren und dein Profil ausstellen innerhalb von wenigen Minuten und was das Schöne ist bei dieser Webseite, es gibt keine Vermittlungsgebühren. Das gefällt mir persönlich zum Beispiel sehr gut und du findest dann eben hier passende Jobs in deiner Nähe. Du kannst natürlich selber entscheiden, welche du annehmen möchtest und welche nicht. Generell kannst du natürlich sehr flexibel hier arbeiten und dann eben mit Gassi gehen und so weiter Geld verdienen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie du eben als Tearsitter Geld verdienen kannst und du kannst dann eben hier anhand deiner Qualifikationen, anhand deiner Erfahrungen, deinen Lohn festlegen. Du kannst deine Verfügbarkeit festlegen, wann du eben Zeit hast. Über 18.000 Tearsitter-Jobs gibt es. Die Seite gibt es schon seit 2009, also auf jeden Fall eine Webseite, die es schon sehr, sehr lange gibt und insgesamt finde ich persönlich wirklich eine Seite, die man abchecken kann, wenn man eben als Tearsitter speziell in Österreich Geld verdienen möchte. Dann haben wir die Webseite fernarbeit.net und hier hast du die Möglichkeit, verschiedene Jobs zu finden, in vielen verschiedenen Bereichen von Buchhaltung zu Marketing, Recherche, Texterstellung, Virtual Assistent und Webdesign. Du kannst dann eben da auf diese ganzen Jobs klicken, zum Beispiel eben hier Kennervorlagen erstellen. Du kannst dir dann da die Beschreibungen durchlesen und hier unten kannst du dich dann bewerben. Ist, denke ich, relativ selbsterklärend. Je nachdem, was in der Beschreibung steht, gibt es da natürlich verschiedene Voraussetzungen und ja, da findest du wirklich sehr regelmäßig neue Jobs, hier vor einer Woche, hier vor zwei Wochen. Also hier kommen wirklich regelmäßig immer wieder neue Jobs. Vielleicht findest du da was Passendes und vielleicht kannst du dann eben da Geld verdienen. Je nachdem kannst du da auch ein paar hundert Euro im Monat verdienen, vielleicht auch ein paar tausend Euro. Also hängt natürlich sehr stark von einem Job ab, aber grundsätzlich eine coole Seite, wo du eben von zu Hause aus arbeiten kannst und das eben in verschiedenen coolen Bereichen. Eine weitere Möglichkeit Geld zu verdienen wäre mit dem Verkaufen von gebrauchten Gegenständen und das kannst du zum Beispiel bei der Webseite Clever bei. Die kaufen dir quasi ab Smartphones, Tablets, Konsolen, Smartwatches, MacBooks, Kopfhörer, Haarstyling und Thermomixe. Also verschiedene, ich sag jetzt mal technische Geräte und du kannst dann eben da zum Beispiel Smartphone wählen und dann wählst du dann eben da dein genaues Modell, die Marke und den Zustand und dann kannst du das Ganze versenden an Cleverbuy und Cleverbuy schaut sich das Ganze dann nochmal an, ob die Qualität und alles passt, so wie du es angegeben hast und wenn das alles passt, dann bekommst du eben das Geld. Das Ganze ist relativ simpel, geht schnell, ist einfach und so kannst du wirklich, wie gesagt, sehr schnell an Geld kommen. Auch das ist wirklich eine Webseite, die man auf jeden Fall abschicken kann, weil er eben gebrauchte Gegenstände, gebrauchte Elektronik verkaufen möchte. Hier kann auf jeden Fall das Ganze loswerden. Dann haben wir die Webseite Scraper und hier hast du die Möglichkeit Geld zu verdienen als Lektor. Du kannst dann eben hier dich bewerben. Es gibt hier auch viele verschiedene Weiterbildungsangebote in Form von Kursen, Live-Workshops, Coachings und es gibt hier auch noch einen Support 24-7, was auf jeden Fall ganz nice ist. Du kannst dann eben hier deine Verfügbarkeit wählen, wann du eben Zeit hast. Du kannst dann eben Einladungen erhalten zu einem Auftrag und da musst du dann eben Korrektur lesen und eben deine Lektoraufgabe erledigen, Feedback geben und das Schöne ist natürlich, du kannst flexibel arbeiten, von da, wo du möchtest und du kannst dann hier so circa bei 10.000 Wörtern kannst du hier so circa 140 Euro durchschnittlich verdienen, was auch ganz nice ist. Und ansonsten, die Webseite bietet dir noch viele weitere Informationen. Die kannst du dir auch alle in Ruhe durchlesen. Es gibt Newsletter mit wertvollen Tipps zum Beispiel und ansonsten findest du hier wie gesagt noch viele, viele weitere Informationen. Ich finde, das ist wirklich eine sehr coole Plattform, aber es gibt natürlich verschiedene Voraussetzungen, die du haben musst. Zum einen benötigst du mindestens einen universitären Bachelorabschluss, Erfahrung im wissenschaftlichen Lektorat. Du solltest natürlich zuverlässig sein, erreichbar sein. Du solltest natürlich gerne dich mit Sprache und akademischem Schreiben auseinandersetzen. Du solltest natürlich Interesse haben in verschiedenen Themenbereichen. Du solltest aber auch noch vielleicht im besten Fall Erfahrung mitbringen als Freelancer. Du solltest Interesse haben für eine langfristige Zusammenarbeit. Und wenn eben das alles passt und das auf dich zutrifft, dann kannst du dich eben hier bewerben. Und trotzdem, und das muss man auch erwähnen, aus 100 Bewerbungen qualifizieren sich nur durchschnittlich zwei neue Korrigierende, also zwei Prozent. Das heißt, das ist wirklich sehr, sehr wichtig zu verstehen. Aber wenn du angenommen wirst, dann kannst du da wirklich sehr, sehr gutes Geld verdienen und das eben mit einem Job, wo du von zu Hause aus flexibel arbeiten kannst. Ich finde, das ist richtig gut. Ich finde, das ist eine richtig geile Seite. Wenn du mehr dazu wissen möchtest, findest du hier eine FAQ mit der einen oder anderen Frage oder auch, wie gesagt, auch sonst noch viele, viele Informationen. Wirklich eine geile Seite. Schau doch hier gerne mal vorbei. Eine weitere Webseite wäre die Seite Norstedpanel. Hier hast du die Möglichkeit, Geld zu verdienen mit Umfragen. Das bedeutet, du kannst dich eben hier kostenlos registrieren und für das erfolgreiche Beantworten von Umfragen bekommst du dann eben Geld, was du dir dann per Gutschein zum Beispiel auszahlen lassen kannst. Natürlich wirst du auch hier manchmal von Umfragen ausgeschlossen, sei es eben zum Beispiel, weil du nicht Teil der Zielgruppe warst oder weil du die Umfragen zu schnell beantwortet hast oder, oder, oder. Gibt viele Gründe, aber eben auch hier kann es sein, dass du ausgeschlossen wirst und du kannst eben hier sehr unterschiedlich verdienen von 5 Euro zu 10 Euro, 20 Euro im Monat. Das kann eben sehr unterschiedlich sein, aber grundsätzlich, es ist eine okaye Umfrageseite. Meiner Meinung nach gibt es bessere, aber auch schlechtere. Ich finde Norstedpanel ist aber ganz okay. Wer mit Umfragengeld verdienen möchte und eine weitere Alternative sucht, da kann man hier auf jeden Fall mal vorbeischauen und das Ganze testen. Was ich aber vergessen habe noch zu sagen und was aber sehr, sehr wichtig ist für ein Norstedpanel, bei einem Norstedpanel kannst du dich nicht selbst registrieren, sondern du musst quasi warten auf die zielgerichteten Rekrutierungskampagnen, denn da kannst du dann eben Mitglied werden und generell als Voraussetzung, du musst mindestens 16 Jahre alt sein, aber eben wichtig, du kannst dich eben hier nicht selbst registrieren, sondern du musst eben auf diese Kampagnen warten. Das ist vielleicht wirklich noch wichtig zu wissen. Eine weitere Möglichkeit Geld zu verdienen wäre mit dem Verkauf von Designs auf verschiedenen Produkten, auf zum Beispiel T-Shirts oder Handyhöhlen oder Tassen und da kannst du zum Beispiel Geld verdienen bei Sessel. Du kannst eben hier Creator werden, sowohl eben als Künstler, als Grafik-Creator oder als Fotograf und du kannst dann eben hier deine Designs auf unzähligen Sesselartikel anbieten ohne Gebühren. Das Schöne ist, die Webseite kümmert sich um die Produktion und den Versand, das heißt du hast dahingehend wenig Aufwand, aber du solltest natürlich trotzdem Werbung und Marketing betreiben und du kannst dann eben hier weltweit deine Designs anbieten beziehungsweise deine Designs auf Produkten anbieten. Du hast aber auch die Möglichkeit mit Affiliate Geld zu verdienen, wenn du das möchtest und auch Sessel ist, wie ich finde, eine ganz nette Seite, um eben mit Designs auf verschiedenen Produkten Geld zu verdienen. Vielleicht ganz interessant für den einen oder anderen, wer eben Designs erstellen kann und darüber Geld verdienen möchte, wer sich da was aufbauen möchte, der kann hier auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ist meiner Meinung nach wirklich eine coole Möglichkeit, vor allem langfristig. Eine weitere Möglichkeit Geld zu verdienen wäre bei der Webseite Plasma Vita und zwar als Plasma Spender. Damit kannst du durchschnittlich hier 40 Euro als Aufwandsentschädigung verdienen pro Spende und du kannst dann eben hier quasi einen Termin reservieren, falls du schon Spender bist. Wichtig ist, es gibt natürlich verschiedene Voraussetzungen. Du musst mindestens 18 Jahre alt sein, mindestens 50 Kilogramm wiegen, geistig und körperlich gesund sein. Generell, du solltest eben ein gesunder Mensch sein und dann benötigst du eben auch noch einen Personalausweis oder Reisepass und dann kannst du eben hier zum Beispiel Spender werden. Das ist natürlich nur eine Beispielseite. In dem Bereich gibt es natürlich auch noch weitere Seiten und vielleicht, ganz interessant, wer was Gutes tun möchte, 40 Euro nebenbei verdienen möchte, vielleicht ganz interessant. Ich finde, das ist was Cooles. Auch hier kann man auf jeden Fall vorbeischauen. Und auch hier, was ich noch kurz vergessen habe zu sagen, als Erstspender musst du noch ein kleines ärztliches Gespräch haben zu Beginn und du musst eine kleine Menge Blut spenden, beziehungsweise dir wird eine kleine Menge Blut abgenommen und da wird dann eben das Ganze nochmal überprüft. Es gibt einen kleinen Check, ob du eben als Plasma-Spender geeignet bist und wenn ja, dann kannst du eben einen Termin vereinbaren. Das habe ich noch vergessen. Es gibt eben noch als Erstspender einen kleinen Bluttest, ob das Ganze eben funktioniert. Dann haben wir die Webseite Findaway Voices und hier hast du die Möglichkeit, Geld zu verdienen mit dem Verkauf von Hörbüchern. Das heißt, falls das auf dich zutrifft und du ein Hörbuch verkaufen möchtest, dann bist du eben hier zum Beispiel genau richtig. Dann kannst du das eben hier anbieten. Du kannst dann eben deinen Preis selber festlegen. 80% gehen in deine Taschen. Das heißt, wenn der Hörbuchpreis zum Beispiel 10 Dollar beträgt, wäre der Reality 5 Dollar, Retailer 5 Dollar und von den Realities gehen dann eben 80% an dich. Das heißt in dem Fall jetzt 4 Dollar und 1 Dollar wäre dann der Share für Findaway Voices und eben auch hier kannst du dann mit Hörbüchern sehr gutes Geld verdienen langfristig. Es ist eine ganz nette Möglichkeit. Es ist eine ganz nette Seite. No Upfront costs zum Beispiel. 100% an Spotify, Retail Realities und ansonsten eben 80%. Und ich finde Findaway Voices von eben Spotify ist wirklich eine coole Plattform, um unter anderem Hörbücher loszuwerden und zu verkaufen. Kann man auf jeden Fall nutzen. Aber eben auch hier, wie gesagt, das Ganze ist langfristig und da wird man jetzt nicht von heute auf morgen direkt reich werden und viel Geld verdienen. Dann haben wir die Webseite GoTranscript. Hier hast du die Möglichkeit, Geld zu verdienen mit Transkriptionen. Auch ich habe hier schon gearbeitet und du musst dir das Ganze so vorstellen, du bekommst hier eben Transkriptionsjobs weltweit und du musst dann eben eine Audiodatei oder Videodatei verschriftlichen, dass das da gesagt wird. Dabei musst du dich an verschiedene Regeln halten und eben für das Transkript wirst du dann eben bezahlt. Du kannst dann eben da im Durchschnitt bis zu 150 Dollar so im Monat verdienen und maximal bis zu 1200 Dollar. Meistens, je nachdem wie viele Aufträge da sind, sind es eben 5 Dollar, 10 Dollar, 50 Dollar, 100 Dollar, vielleicht auch mal 200 Dollar. Aber es hängt eben sehr stark davon ab, wie viele Aufträge da sind, in welchen Sprachen du eben Transkriptionen erledigen kannst. Sei es zum Beispiel nur in Deutsch oder vielleicht Deutsch-Englisch oder vielleicht Deutsch-Englisch und noch eine Sprache. Auch davon hängt es natürlich ab. Aber meistens, wie gesagt, so 150 Dollar ist so das Maximum, was du so im Durchschnitt verdienen kannst. Es ist eine ganz nette Seite. Du kannst eben von zu Hause arbeiten. Du kannst flexibel arbeiten und wöchentlich bezahlt werden über Paypal. Ja, also wirklich eine ganz solide Seite, die man nutzen kann, wenn man eben mit Transkriptionen Geld verdienen möchte. Eine weitere, auch sehr einfache Möglichkeit, mit der du Geld verdienen kannst, wäre bei der Webseite Rewards. Und zwar mit dem Online-Testen, mit dem Spielen von Spielen, mit dem Downloaden von Apps, wo du dich dann registrieren musst, mit dem Registrieren auf irgendwelchen Webseiten, mit dem Beantworten von Umfragen, mit Cashback. Also hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, mit denen du einfach Geld verdienen kannst und das wirklich auch unterwegs mit Apps. Sehr, sehr simpel. Du siehst das Ganze auch hier nochmal. Du registrierst dich, du verdienst dann eben Punkte und diese Punkte kannst du dann gegen Bargeld oder Gutscheine umtauschen und das dann eben wirklich teilweise, ja, so 5 Euro, 10 Euro, 100 Euro. Irgendwo in dem Bereich kannst du dann im Monat verdienen. Hängt sehr stark davon ab, wie viele Spiele du spielst, weil mit den Spielen kannst du meistens am meisten verdienen. Das heißt, da ist es natürlich sehr unterschiedlich von Person zu Person. Jemand, der gar keine Spiele spielt, wird jetzt nicht ganz so viel verdienen. Jemand, der Spiele spielt, kann dann nochmal ein bisschen mehr verdienen. Aber trotzdem, extrem reich werden wir sie jetzt nicht. Es ist eine coole Nebenbeschäftigung. Wer Zeit hat und nicht weiß, was er sonst machen soll, kann das nebenbei machen. Jetzt als Hauptverdienst oder so, ist es definitiv nicht geeignet. Du kannst dann eben wirklich mit vielen verschiedenen Möglichkeiten ausbezahlen. Du siehst das Ganze hier, Spotify, Amazon, Zalando, Paypal. Also da gibt es einige Möglichkeiten. Und ich finde, es ist eine coole Seite. Ich finde auch cool, dass du das Ganze unterwegs erledigen kannst. Ich mag das Ganze. Auch ihr könnt natürlich hier gerne vorbeischauen. Ihr könnt euch auch die App herunterladen. Ist wirklich eine sehr solide Plattform. Aber man sollte eben realistische Erwartungen besitzen. Eine weitere Plattform wäre die Webseite Betreut. Hier hast du die Möglichkeit, Jobs zu finden im Bereich Betreuung. Also so etwas wie Kinderbetreuung, Seniorenbetreuung, Tierbetreuung. Aber du kannst dir auch Nachhilfe geben oder Haushaltshilfe geben. Und auch darüber dann Geld verdienen. Du gehst dann eben auf Jobs finden. Und da gibst du dann alles ein. Du kannst dich hier registrieren. Und dann eben hier, wie gesagt, Jobs finden in den Bereichen. Und je nachdem, ein paar hundert Euro im Monat verdienen. Nebenbei ist auch eine sehr solide Plattform auf Deutsch. Also könnte vielleicht auch ganz interessant sein für den einen oder anderen. Kann man auf jeden Fall auch abchecken. Dann haben wir die Webseite Dreamstime. Und hier hast du die Möglichkeit, Geld zu verdienen mit Fotos, Bilder und Videos. Wichtig ist, du benötigst alle Rechte an deinen Bilder. Also Urheberrechte und so weiter. Wichtig ist natürlich auch, falls dir irgendwelche Personen zu sehen sind, benötigst du eine Modellfreigabe. Falls dir irgendwelche Marken und so weiter zu sehen sind, musst du natürlich auch darauf achten, dagegen keine Rechte zu verletzen. Und ja, du kannst dann eben hier deine Bilder und so weiter anbieten und dir eine passive Einnahmequelle aufbauen. Je nachdem, was du hier hochlädst, hat das Ganze dann eben verschiedene Anforderungen. Und du kannst dann eben hier ganz unterschiedlich verdienen. Auch das kannst du dir ansehen. Je nachdem, ob es nicht exklusiv ist. Exklusiv ist natürlich dann der Verdienst auch nochmal unterschiedlich. Je nach Contentebene, je nach Video, Audio. Wie gesagt, das kannst du dir alles in Ruhe mal ansehen hier auf der Webseite. Da findest du die einzelnen Zahlen. Du kannst dann eben hier die Dateien hochladen und dann eben hier Geld verdienen. Ist eine nette Möglichkeit, wenn du eine gute Kamera hast und sich da auskennt und da Bock hast. Kann natürlich auch damit Geld verdienen und auch hier auf jeden Fall vorbeischauen. Dann haben wir die Webseite Freelance. Das Ganze ist eine Plattform für Freelancer und Projektanbieter. Das heißt, du kannst hier oben auf Projekte finden klicken, auf Projekte für Freelancer und dann werden dir eben hier verschiedene Projekte in unterschiedlichen Bereichen angezeigt. Du kannst aber auch direkt zum Beispiel nach IT-Projekten suchen oder Design oder Einkauf oder Sprachen und du kannst dann eben da diese Projekte dir ansehen, dich da bewerben. Du siehst eben, wo das Ganze ist vom Standort. Du siehst, ob du remote arbeiten kannst. Also auch das siehst du alles. Du siehst, wann dieses Projekt startet. Und wie gesagt, auch hier findest du viele Projekte und vielleicht findest du da was Passendes. Das Ganze ist auf Deutsch. Also auch das wirklich eine gute Seite, um Projekte zu finden. Auch hier kann man auf jeden Fall vorbeischauen. Also auch das auf jeden Fall eine Plattform, die man nutzen kann. Dann haben wir die Webseite GetPayTo. Das Ganze ist eine Seite, wo du simple Aufgaben erledigen kannst. Das heißt, du kannst dann eben hier Umfragen beantworten, Spiele spielen, Videos ansehen und dann eben dafür bezahlt werden. Extrem reich werden wirst du definitiv nicht. Du kannst damit ein paar Euro verdienen. Aber wie gesagt, extrem reich werden wirst du damit eher weniger. Meiner Meinung nach gibt es da deutlich bessere Seiten. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Freund von der Seite. Aber auch da, wer eben eine weitere Alternative sucht, kann hier auf jeden Fall vorbeischauen. Du kannst dann eben diese Aufgaben erledigen. Du bekommst dafür Punkte. 5000 Punkte sind 1 Dollar. Mega dumm, aber es ist so. Und du kannst dann eben das Ganze ausbezahlen mit Kryptowährungen, mit Geschenkkarten, Giftcards. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und vielleicht ist auch das eine interessante Plattform für den einen oder anderen. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht der größte Freund. Aber auch hier kann man vorbeischauen. Vielleicht erstmal testen, ob es für einen funktioniert, ob es einem Spaß macht. Es ist okay, aber zu viel erwarten würde ich eher weniger. Möchtest du mit Übersetzungen Geld verdienen, dann kannst du bei der Webseite Translators Café vorbeischauen. Hier oben findest du Jobs. Dann werden dir eben hier verschiedene Jobs angezeigt. Auf der rechten Seite siehst du jeweils die Sprachen. Und du kannst dann eben auch hier dir diese Jobs ansehen, die Beschreibung durchlesen. Und wenn du da was Passendes findest, kannst du dich dann da bewerben und im besten Fall den Job erledigen. Und vielleicht findest du auch da was Passendes. Du siehst, es gibt hier viele, viele Seiten. Und vielleicht, wie gesagt, wenn du auf der Suche bist nach Übersetzungsjobs, kannst du auch hier vorbeischauen. Ist ganz okay. Also wer eben Bock hat und mit Übersetzungen Geld verdienen möchte, der kann hier gerne mal vorbeischauen. Tatsächlich waren das jetzt auch schon 15 random Webseiten, mit denen man im Internet Geld verdienen kann. Oder mit Hilfe des Internets Geld verdienen kann. Ich hoffe, da war auch was für dich dabei. Falls ja oder generell, falls dir das Video gefallen hat. Lass gerne ein Like da, lass gerne ein Abo da. Vielleicht kanntest du ja die eine oder andere Seite noch nicht. Auch dann kannst du natürlich gerne ein Abo und ein Like da lassen. Denn das Finden von neuen Webseiten ist wirklich sehr hart, muss man sagen. Weil die Webseiten müssen seriös sein. Es erfordert sehr viel Zeit, das Internet zu durchsuchen nach neuen Seiten. Also vielleicht, falls du noch eine Seite nicht kanntest. Auch dann würde ich mich natürlich über ein Like und ein Abo freuen. Und auch jetzt kannst du natürlich, falls du noch auf der Suche bist nach weiteren Webseiten, kannst du dir natürlich auch noch das letzte Video ansehen oder die Playlist. Und ich hoffe, wir sehen uns entweder da oder in einem der anderen Videos wieder.